Wilhelm Busch Die Drachen Schon seit mehreren Wochen haben drei intim bekannte Knaben, Fritz Franz Konrad heißen sie, mit Verstand, Geduld und Müh, schöne Drachen sich gepappt und zum Flug bereit gehabt, so daß sie bis auf den Wind mit der Sache fertig sind. Endlich weht ne frische Brise und fort geht es auf die Wiese. Konrad wandelt an der Spitze, dann kommt Franz und schließlich Fritze. Freund, sprach plötzlich Franz zu Fritzen, siehst du Zöpfels Äpfel sitzen? Und als Fritze dies bejaht, schreitet man sofort zur Tat, doch was Konrad anbetraf, der geht weiter, klug und brav. Trefflich gut ging die Geschichte, Franz hat Zöpfel seine Früchte. Lerum larum, dachte er, Fritze hin und Fritze her, ich genieße, was ich habe, damit ist der freche Knabe, grad als wäre nichts passiert, Öpfel essend fortmarschiert. Saftig kann man's Knirschen hören, soll das Fritzen nicht empören? Mit dem Fuße und mit Krachen, gerades Weges durch den Drachen, gibt er Franzen rücksichtslos einen wirkungsvollen Stoß. Franz, der dieses krumm genommen, ist sofort herumgekommen. Und es hebt sich und es saust seine zorngeballte Faust durch den vorgeschützten Drachen, gleichfalls unter großem Krachen, dergestalt den Fritzens Nacken, dass er meint, er muß zerknacken. Jetzt sucht jeder sich zu decken, und es wird so mit den Pflöcken, wo die Schnur herumgewickelt, emsig hin und her geprickelt. Franz, zuerst durch Künes Wagen, trifft genau auf Fritzens Magen. Dafür sticht den Fritz der Flinke in das Nasenloch das Linke. So entspinnt sich auf die Länge ein direktes Handgemenge, was zunächst und augenscheinlich für die Ohren äußerst peinlich. Dennoch wird der Kampf zuletzt noch am Boden fortgesetzt. Grad kommt Zöpfel wie gewöhnlich, um sich wieder mal persönlich und gewiß zu überzeugen, daß sein Obst noch an den Zweigen. Wer, ruft er, hat dies getan? Damit stockt sein Sprachorgan. Ha, jetzt wird er grausam heiter, er entdeckt die beiden Streiter. Fritze kriegt den ersten Schlag, weil er am bequemsten lag. Und der Franz war schon vergnügt, daß er siegt und oben liegt, bis die Peitsche wieder pfiff und auch ihn empfindlich kniff. Gern entströmen nun die beiden, um das Weitere zu vermeiden, wären nicht die nötigen Beine tief verwickelt in die Leine, also folgt der Rest der Hiebe, Zöpfel tut's mit Lust und Liebe. Sorgsam sammelt hierauf Zöpfel seine hochgeschätzten Äpfel, einer nur ist angenagt, was jedoch nicht viel besagt. Und so kehrt er hoch erfreut heim in seine Häuslichkeit. Aber ach, wie traurig stand's um den Fritze und den Franz. So viel ist gewiß für sie, ihre Drachen steigen nie, während Konrad seiner schon dieser Erdenwelt entflohen. Höher steht's und höher steigt, bis man vor Erstaunen schweigt. Höher steht's und höher steigt. Untertitelung des ZDF, 2020